Ja, Nick, als Mitarbeiter der Amazone Verkaufsförderung hast du uns heute hier deinen privaten Trecker mitgebracht. 612er LSA-Fan, top Maschine. Zu der werden wir sicherlich gleich von dir noch ein paar Sätze hören. Da freue ich mich schon drauf. Aber bevor wir da einsteigen in die Technik und dann auch anschließend in die Drillkombination, erzähl uns doch mal ein paar Sätze zu deinem Job bei Amazone, was du so machst, wie es dir gefällt und was so die Aufgaben bei der Verkaufsförderung sind. Ich denke, das wird den einen oder anderen, der uns hier heute zuschaut, auch interessieren, wie man an so einen Job kommt und was da so Phase ist. Ja, hallo Roland. Also ich habe damals 2013 angefangen bei Amazone, habe mit einer Ausbildung zum Industriemechaniker begonnen und konnte dann nach der Ausbildung weitermachen als Vorführfahrer. Und mir gefällt das persönlich sehr gut. Ich bin viel draußen, viel bei den Landwirten, kann immer die neueste Technik einsetzen und einstellen und bin immer woanders unterwegs. Und das macht mir soweit sehr viel Spaß. Ja, das freut uns und machst du auch einen tollen Job. Aber neben dem tollen Job hast du eben auch noch ein Hobby zu Hause. In deiner Freizeit und das ist hier ein wesentlicher Bestandteil deines Hobbys. Sei so gut und erzähl uns ein bisschen was zu deinem Fan. Ja, mein Fan, wie du schon sagst, ist der 612 LSA. Der hat 145 PS, 6 Zylinder und der hat ziemlich viel Power. Ich habe ein bisschen was dran gemacht. Zu Hause beim Kumpel kann ich da ein bisschen was mit arbeiten. Aber ansonsten ist es halt ein Hobby. Aber ein wirklich schönes Hobby und soundmäßig gibt da auch richtig was her. Das werden wir uns gleich nochmal anhören, wenn es dann losgeht. Wir wollen uns jetzt mal kurz einen Blick auf die Säekombination werfen, die du hier im Heck angebaut hast. Und zwar eine Kombination bestehend aus einem Kreiselgrubber, der KX. Das ist die leichte Bauart des Kreiselgrubbers. Leicht heißt aber in dem Fall trotzdem bis zu 200 PS Zapfwellenleistung freigegeben. Zinken stehen hier wahlweise auf Griff, sodass ich auch wirklich in den verhärteten Boden reinkomme und den Boden lockern kann. Dann wird der Boden anschließend wieder gepackt, rückverfestigt. In dem Fall von einer Keilringwalze mit einem 580er Durchmesser. Keilringwalze heißt, dass da Ringe drauf sind auf der Walze und zwar Ringe immer genau in Fluchtrichtung des Schares. Das heißt, der Boden wird nur da verdichtet, wo nachher auch das Saatgut abgelegt wird. Und die Sämaschine, in dem Fall die mechanische Kataya Spezial, mechanische Dosierung und in der Isobus-Version dann voll elektrisch angetrieben, die Dosierwelle. Das gibt uns einen Haufen Vorteile. Zum einen können wir sehr flexibel Saatmengen während der Fahrt variieren. Wir können auch über den Isobus entsprechende Säkarten abarbeiten. Das heißt, wer teilflächenspezifisch auf seiner Fläche unterschiedliche Saatstärken ausbringen möchte, hat die Möglichkeit, das aus der Kabine raus zu steuern. Beziehungsweise mit GPS eingelesenen Karten, die Maschine das selbstständig abarbeiten zu lassen. Das Einstellen der Maschine auch sehr simpel, sehr einfach. Wir haben alles, was zur Bedienung der Maschine hier ist, in Fahrtrichtung auf der linken Seite. Hier stelle ich die Bodenklappe ein. Das heißt, ich gebe vor, wie viel Saatgut von den Zellenrädern maximal durchgegeben werden kann. Und hier stelle ich die Maschine um, um die Maschine abzudrehen. Dazu wird hier die Abdrehwanne umgedreht. Ich kann hier auf dem sogenannten Twin-Terminal eingeben, beziehungsweise das Abdrehen starten. Dann dreht die Maschine selbstständig die Säwelle so lange, bis die Wanne gefüllt ist. Ich gebe hier das Gewicht ein, was ich entsprechend abwiegen kann. Und dann ist die Maschine auch schon exakt eingestellt. Das heißt, ein mehrfaches Hin- und Herverwiegen, wie das früher durchaus üblich war, entfällt hier vollständig. Einmal hier eingegeben, bin ich startklar. Das Saatgut fällt dann aus dem knapp 1000 Liter fassenden Tank, beziehungsweise wir haben einen Aufbau hier drauf, auf den 1200 Liter fassenden Tank, über die Fallrohre zu unseren Rotec-Scharen. Das Rotec-Schar, ein Einscheibenschar, das eben diese schwarze Scheibe durchdringt den Boden, schafft das Material zur Seite, wenn ich eben noch sehr viel organisches Material habe, damit das Saatgut dann in den vorgefestigten Boden fallen kann. Die Orangenscheiben, die man sieht, jeweils auf der anderen Seite, sind für die Tiefenführung da, dass das Scharen nicht nach unten absacken kann, sondern dass ich auch exakt das Saatgut auf einem gleichmäßigen Horizont ablegen kann. Finalisiert wird das Ganze dann durch unseren sogenannten Exaktstriegel. Der deckt noch ein bisschen Erde drüber, macht das alles sehr schön eben, dass die Saat dann auch gleichmäßig auflaufen kann. Und optional an dieser Maschine noch die sogenannte Vorauflaufmarkierung. Das heißt, wenn ich Fahrgassen anlegen möchte, um nachher meine Pflanzenschutzmaßnahmen, meine Düngemaßnahmen auch genau im entsprechenden Raster durchführen zu können und das auch schon bevor Saat aufgelaufen ist, kann ich hier die entsprechenden Scheiben runterlassen in Verbindung mit dem Anlegen einer Fahrgasse, sodass ich auch schon früh sehe, wo ich mit der Spritze, mit dem Düngerstreuer langfahren muss. Bevor ich das in Theorie alles noch weiter erzähle, wollen wir uns das lieber in der Praxis angucken. Von daher, Nick, würde ich sagen, spring mal auf den Fendt, lass den an. Ich laufe ein bisschen nebenher, damit wir den Sound noch hören und dann geht's los. Ich laufe ein bisschen nach.